so und dann sind wir zurück in norwegen eventuell konnten wir uns jetzt gerade gut verstecken wieso ist das auf jeden Fall so dunkel keine Oh nein, schulter Flammenwerfer, Dudes. Oh nein, schon wieder Alarm. Scheiße. Alter, wie weitläufig das hier alles ist. Überall noch Ecken. Geh im Zimmer! Aus! Alles was ihr hast! Ach! Wie eins der Vorschläge! macht eure bude hier selber kaputt sehr schön von wo okay ich muss irgendwie wahrscheinlich ins gebäude ob ich theoretisch hier hochklettern könnte um mich dann abzusellen ich dachte sie handelt sich vielleicht automatisch dann nein jetzt sind wir wieder hier leck mich doch ich werde jetzt eine andere waffe hier noch mitnehmen sind wir jetzt wieder am ruptur ok wir sind hier das schon mal schön da drüben ja ja Und schnell wieder weg. Die Frage ist ja, wo muss ich jetzt konkret hin? Kann ja keiner ahnen, dass da ein Fenster ist. Ähm... Ich muss in die Richtung, aber... Hä? Ach, da ist noch ein Gebäude. Ja! 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 Solveig! Mama. Was machst du hier? Ich habe mich gefühlt, und versuchen zu retten dein Leben zu retten. Es gibt die wichtigsten Dinge. Das nicht ich. Bleib mit nach Hause. Solveig! Oh, endlich mal wieder nicht allein unterwegs. Verteidig... Nein, ich hasse sowas. Wieso kann sie so rin und ich schleiche hier? Ich habe noch mehr Soldaten. Wir müssen sie weg. Wir müssen einfach weg. Ja! Hvor are wir? Ich muss etwas wichtig finden. Fölf mich. Die kommen bald. Pass die Dörren! Schind dich! Die sind hier! Schind dich! Schind dich! Es kommen noch mehr. Wir müssen gehen. Nein, wir müssen raus, wo die sind. Von wo? Schind dich! Schind dich! Bussi. nichts zu sehen das hat doch gar nicht in die post wird sie das jetzt noch sabotieren oder richtig gar nicht Was ist das? eine fortale in der warte 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 Oh, ich hasse diese Flammenwerfer, Dudes, ey. Von wo? Föder, was geht ab? Ach! Hatte ihn eben einsatz. Hab die verloren. Ja! Ich hätte ihn verdrehen. Der wird hoch. Treffpunkt an der Brücke. Wie kann man sich denn wieder so weit trennen? Na gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle wieder einen Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis denn.